Guten Tag. Hi. Wie geht's Ihnen? Gut. Wie hat Ihnen diese Ausstellung gefallen? Ja, gut. Was hat Sie am meisten begeistert? Ähm, nicht davon. Im Zelt? Waren Sie im Zelt? Ja. Ist Ihnen schwindelig geworden? Nicht. Mir aber. Was würden Sie den Superdoster empfehlen? Was würden Sie den Superdoster empfehlen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.